Kippa! Ja, ich bin schon da. Ach, ich bin schon fertig. Oh, ich bin schon fertig. So. Gut. Nein! Da hast du den Kopf getroffen. Nein! Ja! Hat den Kopf getroffen. Der Krieg. Kippa! Kippa! Entschuldigung. Entschuldigung. Haber sie den Weggekann? Nein, unle pública. Charlie. Francis. So, hast du in der Küche ja alles bereit? Offred, Herr Capit, kein Problem, dass das gegessen wird. Du hast auch vergessen, einen zu kaufen und was zu essen. Das Einzige, was noch da ist, ist eine alte Bohnenzug. Drei Tage. Oh, mon die, mon die, Monsieur Francisco, was machen wir? Was machen wir? Ich habe eine gute Energie. Pass auf, alles, was auf die Karte bestellt wird, sagt er. Das ist aus, 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 das ist aus, aus. Die Blockade weiß auch schon. Ich könnte aber ein wunderbares Chateaubriand empfehlen. Aber ich habe doch gar keinen. Warte doch. Dann, du bist du in der Küche. Ich in die Küche. Und machst ein Riesenkraut. In der Küche. In der Küche. Hör, hör! Oh! Oh! Und dann, mach ein Riesenkraut. In der Küche. In der Küche. Ja! Schöpfelst du mit dem Pfadern die Schick? Oh! Hallo! Und dann, dann fern wir die Stimme, dann fern wir die Fahnen drauf. Kommst hier rein gelaufen? Ich bin hier rein gelaufen. Ganz aufgeregt. Ganz aufgeregt. Holmar! Oh, 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 Oh. Aber nein! Jetzt, was passiert? Gerade jetzt? Nein. Jetzt nicht. Hier ist was passiert. Hier ist nichts passiert. Hier ist nichts passiert. Nehmen wir... Nein, ich nehme nichts. Okay. Er ist einfach, you ain't finished. Dann... Ich habe das Chateaubriand fallen lassen. Zum Glück haben wir noch eine wunderbare Bohrenzunge. Ich habe das Loch in der Erde genommen. Ich habe das Loch in der Erde genommen. Sonst solltest nicht niemand hören. Tsch. Die Karte. Ja, die Karte schon so oft du ja. Ja, ja, ja. Oh, ein Moment. Aborten so oft du. Aborten so oft du. Aborten so oft du. Ah, merci. Bien. Monsieur, permettez-moi de vous proposer ce soir la suggestion du chef. Alors, nous avons un foie gras noix sur assiette, accompagné d'un petit émassé de poireaux finement coupés en lamelle, et avec ça, des petits oignons pistolets dans la casserole-là, dans la casserole-là, dans la canardère de champignons. Un vrai gal, euh, papa. Et avec ça, un camion, frappé par le chef, à sa façon, et empaqueté dans des petits mollusques, vivants et courants, dans la sèche de rône, de mê, 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 de mê. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, reden wir bitte.